Die wichtigste Aufgabe, die ein Mensch haben kann, ist, dass man dem Nachwuchs, den Jungen, Chancen einräumt. Und deswegen finde ich es einfach großartig, dass sich die Jungen bei uns treffen wollen und dass sie uns zeigen wollen, wie gut sie sind, was sie können, was sie gelernt haben und das gleich mit einer Europameisterschaft. Diese Initiative unterstütze ich. Als Bürgermeister würde ich mir so wünschen, dass Euroskills und die jungen Menschen nach Graz kommen, weil wir ein Bildungsstandort sind, weil Handwerk und Industrie hier zu Hause sind, und weil Graz einfach cool ist für die Jugend. Und jetzt brauche ich euch. Wir brauchen eure Likes. Be part of it.